Hallo Leute, ähm, ich, also hier ist mein Ex-Play, dass ich euch versprochen hab. Und jetzt fangen wir einfach mal an. So, hier haben wir ein Geschenk, habe ich heute schon abgeholt. 10 Langbogenschützen, ein seltenes Artefaktes Plünderras und 10 Rubine. So, klicken wir das mal weg. So, dann kommt Rubin-Bonus, naja, richten so, ist es weg. Dann, ich bin hier grad in Holzfäller am richten und die Verteidigungswerkstatt. Äh, ja, so, genau. Dann gehen wir mal in die Eiswelt. Und, so, da bin ich auch, kann Turm am ausbauen. Ja, und jetzt zeig ich euch noch meinen AP, den ich seit kurzem erobert habe. Also, jetzt tickt nicht aus. Das ist der. Cool. Ja, der brennt zwar, jeder Turm auf Schaden 100%. Aber ich hatte Glück, fast alle Türme sind auf Stufe 5, außer 3. Der hier, der und der, ah, es sind sogar 4, glaube ich. Er hat auch 3 Türme, ja, 3 Türme. Oh, er hat auch 4, dann, genau. Dann, ähm, ja, dann, jetzt schicke ich mir grad Truppen an meine Hauptburg, weil, ich will nämlich, einen Außenpost erobern. Wo war denn der? Und ich, schau mal. Äh, du, du, du. Was ist der? Nein. Irgendwann bei einem Level 70er. Egal, wenn ich es jetzt jetzt finde, zeige ich es euch im letzten, nächsten Let's Play. Oder ich, ähm, erobere mir den aus dem Posten von King David. Der ist jetzt, der ist auch 8er Stein. Ich hätte zwar gerne Nahrung, aber da ist er gut. Hier alle Farmeiser 10, Parks, Steinbrüche auf Stufe 9, eine Bäckerei auf Stufe 2. Die ist jetzt zwar nicht in, in den Stein oder, ähm, Holz-AP sehr wichtig, aber in einem Nahrungs-AP ist es schon ganz cool. Und den, wo ich euch jetzt zeigen wollte, war eigentlich auch ein Nahrungs-AP, aber irgendwie finde ich den jetzt nicht. Ich schau mal nochmal, äh. Irgendwo bei einem Level 70er. Das ist der Stein. Ich finde ihn nicht. Ja, was anderes zum Sagen, habe ich jetzt eigentlich gar nicht. Doch, ich wollte sagen, das mit dem Premium-Level finde ich auch ganz cool. Ich bin jetzt Premium-Level 4, 5, es gibt ja 10 Level. Vor 10 gibt es dann schon ganz schön viel. Gestern schon 3 Rekrutierungs-Lots, dann hat man glaube schon alle Rekrutierungs-Lots. Ja, da hat man dann alle. Ja, ich bin jetzt gerade die Angreifer in meine Hauptburg zum Schicken. Nein. Und ich habe ja schon bei der, das, nein, nicht Zwielichten, die, das, wo man, genau, ähm, Krieg der alle liegen, da habe ich den einen sabotieren, habe 2.200 Münzen, zahl ich schon über 4.000. Jetzt hatte ich sooen mal ran. So, vielleicht kann man es lesen. Oder ich mache es so. 4.110. Dann, was gibt es noch neu, ist eigentlich gar nichts. Ja, nö, es gibt nichts, nichts mehr, nichts, was ich sagen sollte. Heute war mein Let's Play, ziemlich kurz, aber das nächste Mal wird es lang und ich habe eine bessere Kamera, das ist jetzt muss man ein Tablet, aber nächstes Mal wird es besser. Also, ciao Leute, bis nächstes Mal und ich werde auch Bogenfragen machen. Also, ciao.